Wie gut Handy-Kameras wirklich sind in Minecraft. Okay, let's go. Hier haben wir 0,1 Megapixel und ein Huhn wird einfach so zu einem Block mit einfach einem Knopf drin. Okay, 0,5 Megapixel Kamera-Qualität. Oh, okay, das wird schon mal ein bisschen besser. Jetzt ist es wenigstens ein bisschen hochgestellt. Ein Megapixel-Kamera. Und hier sehen wir einfach nur so ein Ei. Einfach so ein verpixeltes Ei. Oh man, okay. Let's go. 5 Megapixel-Kamera. Ja, das Huhn wird zu einem Huhn mit einem Ei davor. Okay, und es wird so, ja, es sieht so ein bisschen komisch aus. Aber man erkennt schon mal ein bisschen mehr. Und hier haben wir jetzt endlich 10 Megapixel-Kamera. Und man sieht einfach ein Chicken. Man sieht einfach schon weiter, weil die Kamera so gut ist.